Ja Freunde, willkommen zurück bei Mederchemie. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Vic für euch am Mikrofon und ich habe heute was ganz Besonderes gefunden. Die Onkels, Freiwild, ja Andreas Gabel, die alle sind nun im Bundestag vertreten. Halleluja, wie kam das? Wem haben wir das zu verdanken? Den Herrn Lindt. Ja, mit Lindt hat man erstmal was Positives konditioniert, nämlich die Schokolade aus der Schweiz. Aber ich meine nicht die süße Schoki, nein, ich meine diesen süßen Sexy Boy der SPD. Ja, gerade erst aus dem Muppet Show entfliehen und jetzt schon im Bundestag. Folgendes hat diese Person gesagt. Darauf, Mephisto und Heidegger hatte was mit Hannah Arendt. Im Übrigen, das heißt, sei Molo. Aber mach dir keinen Kopf, hör ruhig Musik, Freiwild, böse Onkels, Andreas Gabelier. Faust darauf, vielleicht auch Heino, der macht so schöne... Also den Rest schauen wir uns direkt nach dem Intro an. Viel Spaß! Yes, wer neu auf diesem Kanal ist und Bock auf Rock und Metal hat, speziell im deutschsprachigen Raum, natürlich auch internationale Sachen oder generell auch hin und wieder mal Mystery und Horrorzeugs haben möchte, du bist hier genau richtig. Hinterlasst ein Abo, einen Daumen nach oben, das freut mich immer sehr und hilft mir auch sehr. Hat euch am Ende das Video nicht gefallen, könnt ihr diesen Daumen ja immer noch entfernen. Also einen kleinen YouTuber wie mir ist so ein Daumen und so ein Kommentar immer, immer sehr willkommen und sehr hilfreich. Ja, apropos Kommentaren, schreibt mal auf, was ihr von dieser ganzen Sache hält. Zum Thema Freiwild, Onkels und wird man als Fan immer noch verunglimpft und tut das echt Not, dass die Politik solche Bands in den Dreck zieht. Der Helgelind, der Helgelind, das ist ja so, ich glaube, der Allercoolste der SPD. Ein richtiger Crazy Motherfucker. Das, was Rezo für YouTube ist und Amthor für die CDU ist. Wer jetzt nicht mehr weiß, wer der Amthor ist, das war dieser unglaubliche Crazy Motherfucker. Zerstörung der CDU? Ja lol ey, hi Rezo, du alter Zerstörer. Du hast ja dieser Tage ein viel beachtetes Video veröffentlicht mit dem Titel Die Zerstörung der CDU. Und ich will dir als jüngster CDU-Bundestagsabgeordneter sagen, du hast meine CDU nicht zerstört. Du hast auch nicht objektiv über Politik berichtet. Ja, Freunde, ich bekomme da echt Fremdschämen. Aber ich hatte auch bei Rezos Zerstörung der CDU auch echt Fremdschämen bekommen. Das ist einfach nur peinlich und dumm gewesen. Aber Amthors Beitrag auch. Und wenn wir schon gerade beim Thema sind, kommen wir zurück zu Helgelind. Und ja, was hat diesen unglaublich charismatischen Mann, ja, dazu verleitet, überhaupt diese Rede zu halten. Also, er hat ein selbstgeführtes Dialog vorgetragen. Einen selbstgeführten Dialog vorgetragen zwischen Mephisto und Faust. Kurze Vorgeschichte aus Goethes Faust. Und Faust war derjenige, wie soll ich sagen, der steckt in eine Midlife-Crisis. Wollte mal wieder ein bisschen Action haben und hat seine Seele an den Teufel verkauft. In dem Fall Mephisto. Ja, und Mephisto ist ein ganz humoristischer Kerl. Und hat Faust natürlich auch so ein bisschen versucht, ja, auf die dunkle Seite der Macht zu treiben. Wenn ihr euch das Gesamte antun wollt, unten ist es verlinkt in der Beschreibung. Und ich muss sagen, es ist wirklich übel. Aber wer den Lindt kennt, seine Beiträge sind wirklich immer übel. Und schlecht. Die sind oftmals so zusammenhanglos. Und wer glaubt, ja, das hat irgendwas, irgendwie einen intellektuellen Hintergrund. Nein, hat es nicht. Er ist einfach ein Wirrkopf und erzählt so sein Quark zusammen. Ja, auf der Seite vorwärts, das ist sowas wie, ja, die Zeitung der SPD. Erinnert mich so immer ein bisschen an das DDR-Motto Vorwärts, immer rückwärts, nimmer. Also, der Text ejakuliert geradezu vor Begeisterung. Über seinen geistigen Erguss. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, was jetzt an seiner Rede so toll oder geistreich war. Das heißt, die Messlatte bei der SPD ist zurzeit wirklich tief. Ja, aber gut, was soll's, ne? Hier habt ihr auch direkt das Video. Was hat ihn dazu bewegt? Das war folgendes. Die AfD hatte zwei Anträge gehabt, nämlich nationaler Aktionsplan, kulturelle Identität, soll eine Reihe von Handlungsfeldern umfassen. So soll die Bundesregierung etwa eine deutsche Akademie für Sprache und Kultur errichten, die unter anderem die Pflege der deutschen Sprache zum Ziel hat. Dann gab es noch einen zweiten Antrag. Im Weiteren soll die Akademie einen Kreis von Experten für kultur- und sprachspezifische Fragen aufbauen. Für die Vernetzung einschlägiger Wissenschaftszweige, aber auch der vielen einschlägigen Stiftungen und Vereine, wie etwa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Deutschen Schillergesellschaft zum Schwerpunkt ihrer Arbeit machen. Ja, wer sich das jetzt genau geben möchte, ich verlinke es nochmal unten. Das eine ist ein fünfseitiger Antrag, das eine ist ein dreiseitiger Antrag. Das hört sich für mich natürlich immer so ein bisschen an nach... Ja... Oh, jetzt hängt die Technik. Da. So. Ja, man hört schon raus, das Ganze hat so ein bisschen Kollektivbeigeschmack und ihr wisst, dass ich kein Freund von Kollektivismus bin. Ich bin absoluter Liberaler. Aber heute geht es um diesen Erguss. Also die Sache ist die. Durch seine Rhetorik bringt er den Zuhörer dazu, zu glauben, oder zumindest den naiven Zuhörer dazu zu glauben. Onkels, Freiwild, Andreas Gabelier, das ist der Soundtrack zum Rassismus, das ist der Soundtrack zum Nationalismus, das ist der Soundtrack zum Antisemitismus. So, wie führt er diese Bands dorthin? Das beleuchten wir gleich. Man könnte mir jetzt natürlich den Vorwurf machen, ey Vic, guck mal, die Bands, denen geht das am Arsch vorbei, was der dort erzählt hat. Du weißt, er ist nicht ganz fit im Kopf und lass ihn doch einfach labern. Ja, ich bin mir sicher, dass es den Bands wirklich am Arsch vorbei geht. Wenn sie ihn reden hören, dann wissen die, okay, man kann ihn halt nicht für voll nehmen. Ja, irgendwas, ihr werdet es gleich hören, Sohn. Also man kann ihn nicht ganz für voll nehmen. So, allerdings, allerdings ist das ein Stigmata, nicht nur von irgendwem, sondern das kommt wirklich von einem Bundestagsabgeordneten. Und diese Stigmata, das betrifft nicht nur die Bands, es betrifft so einen unglaublich großen Maße die Fans. Und das ist der Grund, warum ich auch dieses Video mache, oder auch das etwas längere Video, warum der Hass gegen Onkels und Freiwild und so weiter inszeniert wird. Ja, komm, verlinke ich mal unten oder tue ich in die Infobox, ist auch egal, so, ne? Denn viele Fans, die hatten mir davon berichtet, wie die darunter leiden. Die Bands werden nun mal als rechts, als nationalistisch, als nationalsozialistisch dargestellt. Und dann fährst du mit deinem Auto irgendwo entlang und hinten steht auf deiner Heckscheibe, böse Onkels, Freiwild, egal was. Dann wird der direkt hinter dir denken, ach, was für ein Nazi da vor mir im Auto. Ja, ähm, Leute haben Probleme auf der Arbeit, weil die dann irgendwie unterm Blaumann da so ein böser Onkel-Shirt tragen. Und dann kommt der Vorarbeiter oder gar der Firmenbesitzer und sagt, na, na, rechtes Gedankengut wollen wir hier nicht haben. So, ähm, es gibt wirklich die unglaublichsten Geschichten, wie Leute auf der Straße angemacht wurden, weil sie ein Freiwild-T-Shirt oder ein Freiwild-Pullover hatten. Ja, oder Fans von Andreas Gabalier wurden auch schon beleidigt. So, also, wie gesagt, den Bandsding geht es wahrscheinlich am Arsch vorbei. Aber es gibt wirklich Leute, die nehmen das für bare Münze, was, ja, diese Person dort erzählt. Ne? Meine, wäre er bei der Muppet-Show geblieben, meinetwegen soll er erzählen, dann versteht das jeder. Ne, muss man nicht ernst nehmen. Aber wenn man dann in den Bundestag geht, dann werden solche Aussagen ernst genommen. Und wir Fans, ja, wir sind diejenigen, die dann seinen Blödsinn, seinen geistigen Erguss und seine stinkenden Lügen oder Falschaussagen ausbaden müssen. Und nicht nur das, wir sind auch noch diejenigen, die ihn bezahlen müssen. Traurig genug. So, aber wir schauen uns mal an, wie er es geschafft hat, diese Bands in die nationalsozialistische, ja, und auch in die antisemitische Ecke zu schieben. Ja? Um seine politischen Aussagen mache ich hier jetzt einen Bogen. Das hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren. Heute geht es wieder mal um Musik, wie in 90% aller Videos bei mir. Und wenn es um Politik geht, dann ist hier meistens immer irgendwer eingeladen, der mir Kontra gibt und sagt, Vic, du hast Unrecht. So, das finde ich nämlich unheimlich wichtig, dass man mehrere Meinungen zu Wort kommen lässt. Wir sind hier nicht beim Parabelritter. So. Ach ja, ich werde jetzt nur die für uns interessanten Passagen raussuchen. Das heißt, wir müssen uns das nicht alles hier geben. Wäre auch schade um die Zeit und um die Lebenszeit an sich. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dank Empathie konnte ich mich hineinversetzen, wie AfD-Funktionäre im Traum den Nationalaktionsplan gebaren, im Geiste deutscher Leitkultur ein deutsches Drama, in das ich Sie jetzt entführe. Faust habe nun Acht. Deutsch, Geschichte und Kultur und Politik gar durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nur nicht Amateur und bin so klug als wie zuvor. Mephisto. Ja gut, das ist leicht verständlich. Damit möchte er sagen, du, das Studium bringt eh nichts. Mephisto. Zu ihm. Gedenke, du bist AfDler. Klugheit und Vernunft sind nicht deine Kernkompetenz. Also, erst mal, Faust, ganz wichtig für die Geschichte, ist hier AfD-Mitglied und somit automatisch dumm. Faust? Wer bin ich? Ich soll deutsch sein. Was ist deutsche Kultur? Ich versuche es zu checken. Heidegger okay. Wagner auch. Aber oh Gott, Heine, der war jüdisch und Deutschland kritisch. Also, es geht um die Identitätsfrage. Jemand wie Heidegger, der bei der NSDAP war, der wird akzeptiert, aber dann fängt er schon an mit einer antisemitischen Aussage. Oh nein, der war aber jüdisch. Gehört das auch zu meiner Kultur? Gehört das auch zu meiner Identität? Also, da wird schon mal der Bogen zum Antisemitismus geschlagen. Wer AfD-Mitglied ist, ist Antisemit, nach seiner Fassung. Und der Precht, der war Kommunist. Und der Mann, irgendwie schwul und antinational. Und der Zaymoglu. Also, Homophobie und Intoleranz, Andersdenkender, gehört auch zum Repertoire? Gar krass türkisch. Darauf Mephisto und Heidegger hatte was mit Hannah Arendt. Im Übrigen, das heißt Zaymoglu. Aber mach dir keinen Kopf. Hör ruhig. Okay. Hatte auch was mit Hannah Arendt. Ja, das wertet den Heidegger ein bisschen ab. Sie war Jüdin. Ähm, ja. Und, genau, der Rassismus Vorwurf hat dann auch nochmal mitgeleuchtet. Das heißt, was hört jetzt jemand, der antisemitisch, rassistisch ist, intolerant ist? Ja, was hört denn einer? Und der nationalistisch ist, was hört er? Dazu kommen wir jetzt. Zaymoglu. Aber mach dir keinen Kopf. Hör ruhig Musik. Freiwild, böse Onkels, Andreas Gabalier. Faust darauf, vielleicht auch Heino. Der macht so schöne Volksmusik. Schwarzbraun ist die Haselnuss. So, und jemand, der wirklich unreflektiert zuhört, und ich meine, wir haben ja viele Leute, die sind dort bei den Linken, bei den Grünen, bei der SPD, bei der CDU und sonst wo. Ja, ich rechne mal, dass diese ganzen Bundestagsabgeordnete ziemlich unreflektiert sind. Sonst würden sie dort nicht vier, acht, zwölf Jahre sitzen und kein Wort sprechen und einfach nur den Kopf nicken. Naja, und das sind die Personen, die das dann für voll nehmen. Aha, die Onkels, der Soundtrack zum Antisemitismus. Andreas Gabalier, der Soundtrack zum Rassismus. Ja, und das wird dann nach außen getragen. Und auch das ganze Deutschlandlied und manchmal auch SS-Lied Kulturgut aus dem Buch. Darauf Mephisto, ja, aber im Kölner Treff hat er zur AfD gesagt, also Heino, wenn ich drüber nachdenke, wird mir übel. So eine Partei muss man verbieten. Faust darauf Mist. Du, aber Und das ist jetzt richtig krass. SS-Lieder ist okay. Genauso gut wie Freiwild und Onkels. Da werden wirklich diese, das ist richtig abartig. Eigentlich ist das schon wirklich für Unglimpfung. Da werden, was soll ich dazu noch sagen? Ja, der SS-Soundtrack passt zu den Onkels. Er ist die gleiche Zielgruppe. So, also, ich höre Onkels und die gleiche Zielgruppe, also ich, ja, ich spreche auch auf SS-Lieder an. Freunde, ich habe jüdische Wurzeln, jüdische Verwandtschaft ist jetzt nach dem Krieg ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil einiges davon hops gegangen ist, ja, wir kennen die Geschichte. Ich selber komme aus Polen und, ähm, ich würde mich doch sehr stark wundern, wenn ich zur Zielgruppe der SS-Lieder oder SS-Komponisten gehöre. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Derjenige, der mich zur Freiwild gebracht hat, das war Jeffrey, das war unser, unser alter DJ, Keyboarder und er war schwarz. Ja, sein Vater war US-Amerikaner, aber auf jeden Fall, er war schwarz. So, und, ähm, keiner von uns hatte jemals irgendwie das Feeling gehabt, dass wir von irgendwelchen Freiwild- oder Onkels-Fans ausgeschlossen werden. Niemals, nicht ein einziges Mal. Ja, ich fasse diesen Dialog jetzt einmal nochmal kurz zusammen. Faust und Mephisto sprechen darüber, ja, wie kriegen wir das Ganze hin, um, ähm, diese neuen Kulturen oder die Frauenbewegung hier ein bisschen so zu unterdrücken. und Mephisto kommt einfach, ja, unter den Deckmantel dieser Akademie, könnt ihr eine gewisse deutsche Identität schaffen, die das alles verneint, wofür du Angst hast. Und das ist so unkonkret und da kann dir keiner den Rassismus- Vorwurf machen. So, ne, darum gehen die nächsten zwei, drei Minuten oder darauf laufen sie hinaus. Wir hören weiter rein. Darauf abschließend, Faust, ja, jetzt bin ich beruhigt, jetzt kann ich ruhig schlafen, all meine Dämonen und mein schlechtes Gewissen sind tot. Abschließend, Mephisto, gut, leg dich hin, lausche zum Einschlafen noch ein bisschen, Gabalier oder Freiwild und vergiss eines nicht, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Vielen Dank. Ja, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Ein Satz, den man nicht einfach so überhören sollte. Der hat, glaube ich, auch schon eine ordentliche Aussagekraft, denn solche Bands werden dann auch mit Zerstörung zusammengesetzt. Harter Tobak natürlich und das ist eine reine Verunglimpfung an die Fans, an die Bands an sich. Die Bands kommen damit schon super aus. Wir Fans würden auch denken, ja komm, fuck off. Allerdings stecken solche Reden ganz viele Leute geistig in Brand und schöpfen den Hass auf Onkels-Fans, auf Gabalier-Fans und das ist einfach nur abartig und von jemand, der im Bundestag sitzt und so eine Rede hält und Menschen in aller Öffentlichkeit verunglimpfen möchte oder in einer Ecke stellen möchte, der sollte sich doch vorweg erstmal informieren, ist das überhaupt wahr? Ist das überhaupt richtig, was ich hier erzähle und was ich hier verzapfe? Ja? Was ist, wenn die Bands gar nicht recht sind? Ja? So, damit hatte sich gar nicht auseinander gesetzt, sonst hätte er nämlich diese Bands gar nicht genannt, ja? Gerade wie die Onkels, wenn man sich die neuen Onkels-Scheiben anschaut, anhört, Entschuldigung, kannst sie auch anschauen, aber so toll hört sich das dann wieder auch nicht an, was du dir da anguckst, ne? Ich hatte da auch mit MattAttack drüber gesprochen, hey, Grüße an MattAttack, die Onkels, sind mehr links als rechts, die sind mehr links als rechts, so und wer nicht in der Lage ist, sich zu informieren, ja, aber meint, für das Volk abstimmen zu können, wie die Zukunft des Landes aussieht, der ist falsch, der ist falsch. Naja, der hat sich auch schon mal mit der Achse des Guten angelegt und der Autor Henrik M. Broder, der hat da auch mal einen schönen Vergleich hergestellt, er erinnert ihn nämlich an, ich finde das gleich, da, den Hiram Holiday und der hat schon richtig Recht, hört euch das mal an. Voll, oder? Passt. Absolut. Das ist eine eigene Konstruktion, habe ich mir zusammengebastelt aus alten Messern von einer verrosteten Rasenmähmaschine. Damit habe ich mir die Haare geschnitten. Ist gut, nicht? Dafür hast du... Das ist er! Das ist doch Lind, oder? Oder ist das einer seiner Vorfahren? Hast du die Holoturie Tubiosa gefunden? Hä? Was für ein Lind? Die berühmte Seegurke, nach der ich geforscht habe. Ich will erst den gefleckten Wurzelbohrer fangen, weißt du? Naja. Gut, es tut mir ein bisschen leid, weil wir den Hiram Holiday hier dabei verunglimpfen. Apropos verunglimpfen, ähm, was der gute Lind von Meinungsfreiheit hält, das hat er schon mal unter Beweis gestellt, wenn wir schon beim Thema ach gut sind, Axel des Guten, ähm, der hat sich darüber beschwert, dass es, ähm, renitente Wissenschaftler gibt, die sich bei ach gut geäußert haben oder die bei ach gut zitiert wurden. Entschuldigung, mir fehlt fast die Sprache, vielleicht brauche ich eine Akademie für deutsche Sprache oder so. Ähm, ja. Ne, also, der sagt noch, Wissenschaft lebt vom Widerspruch, aber, ja, was tatsächlich Wissenschaft ist, das bestimmt halt er, das hatte nicht gesagt, aber das hört man so ein bisschen im Unterton und so raus, ähm, ja, was für eine, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, da gibt's Wissenschaftler, die sagen was anderes, als die Politiker sagen, und das ist natürlich ein Unding, und überhaupt, hat er 27 Klagen, jetzt kommen wir zum Special von heute Abend, 27 Klagen eingereicht, es haben Leute bei ach gut, ähm, kommentiert, was er da erzählt hat, so, und er möchte jetzt, dass sich die Staatsanwaltschaft darum kümmert, dass ach gut, ähm, zurückverfolgt, wer hat da was geschrieben über ihn, und das Ganze soll dann zur Anzeige gebracht werden, in 27 Fällen, deswegen, liebe Zuseher, bitte dieses Video nicht teilen, denn jetzt werde ich genau das erzählen, was der Helge Lindh nicht hören möchte, ja, also er wird Volksvertreter, möchte aber nicht die Kritik vom Volk hören, so, und deswegen auf keinen Fall teilen, ja, was ich jetzt hier erzähle, auf keinen Fall teilen, und gegen folgende Aussagen hat er Klage gereicht, Typische Politkarriere, Kreißsaal, Hörsaal, Plenarsaal, schlimm, was in einem Kreißsaal so passieren kann, wie oft wurde er wohl vom Wickeltisch gefallen? Guten Tag, Herr Bruder, Kermit, der Frosch, in menschlicher Gestalt, er strebt, wie es scheint, eine astreine Aberkarriere an, Abitur, BAföG, Bundestag, Altersrente, doch, wenn sich schon kein Parteienforscher dieser Linde-Gestalt als einen Untersuchungsgegenstand annimmt, zur Not, tut es auch ein Vogelkundler. Also das sagt nicht ich, ich mach das hier rein aus Recherchezwecken, damit ihr wisst, was der Linde auf keinen Fall in der Öffentlichkeit haben möchte, ja, auf keinen Fall teilen. Ist das Satire? Es könnte Satire sein, ne? Dann könnte man mich deswegen ja gar nicht belangen, was ich hier gerade mache. Und damit ihr auch wisst, dass ich richtig zitiert habe, diesen Link, den findet ihr gleich unten in der Beschreibung. Erlebt die rhetorische Nahrenfreiheit. Freie Rede bedeutet in seinem speziellen Fall frei von allen Fesseln der Logik und frei von Sinn und Verstand. Alles richtig, was sie schreiben. Die Ähnlichkeit dieses Herrn L mit Kermit ist unverkennbar. Nur, dass dieser Frosch im Gegensatz zu vorgenannten ganz sympathisch rüberkommt. Ein Parlament, das sich solche Schmarotze in seinen Reihen leistet, nee, das kann ich hier nicht schreiben. Das würde vermutlich den Tatbestand der Beleidigungen erfüllen. Davon abgesehen, dass dieser dumme Horus wie ein wandelnder Anachronismus der unguten und billigen Mitläufer-Sorte anmutet, scheint er mir von seiner von scheint er mir vor seinen geilen Reden auch immer irgendwas einzuwerfen. Oder ist er immer so schräg drauf? Mann, wie kann man sowas schreiben? Ich verurteile das scharf. Ja, unmöglich. So. Leider gebieten die Regeln eines Kommentars, dass ich mich an meine gute Kinderstube erinnern muss. Sonst hätte ich noch ganz andere Worte für dieses kleine degenerierte Würstchen. Nun ja, was will man erwarten von jemandem, der wie eine Kreuzung von Goofy und den Panzerknackern aussieht? Möge ein begnadeter Intendant ihn bewegen, Kafkas Bericht für eine Akademie auf seiner Bühne öffentlich vorzutragen. Die Traumrolle für einen Herrn Lind. Das Foto zeigen und die drei Buchstaben SPD dazu sagen, mehr braucht es nicht. Jedes Wort, jeder Gedanke über so jemand ist grobe Verschwendung von Lebenszeit. Dagegen ist Helge Schneiders Katzenklo ja gerade ein Ausbrund an Intellekt. Hier haben die roten Socken aber wieder ein seltenes Spezialexemplar unter der hintersten Banke vorgezogen. Ich verurteile das scharf. Auf keinen Fall teilen, Leute. Er möchte das nicht. Er will das nicht, dass die Leute so etwas über ihn lesen können oder hören können. Linde ist nicht zartbitter. Ja, gut. Den ließ man als Kind zu lange in der Sonne liegen. Hatte man Herrn Lind etwas aus einer Ritalin vorenthalten? Er wackelt und rappelt hinter den Redner Pulte rum, dass es einem schwindelig wird. Der Henrik M. Bruder schreibt abschließend noch. Zugegeben, ich wäre auch nicht glücklich, wenn jemand so etwas über mich sagen oder schreiben würde. Aber ich bin kein Politiker. Lind dagegen, der das Haar seinem Vater verdankt, der ein echter Finne war, ist einer, sogar ein Waschechter. Deswegen muss er sich gefallen lassen, dass er jeden Tag aufs Neue einen Eignungstest unterzogen wird. Vor allem, wenn er Unsinn imitiert, sobald er den Mund aufmacht. Ja, ganz einfach, das gehört nur mal dazu, wenn man sich in die Öffentlichkeit stellt, dass irgendeiner kommt und sagt, du bist scheiße. Das hatte ich auch bei meinem Andreas Gabalier Video, mit dieser SPÖ-Geschichte, die ich leider zurücknehmen musste, weil YouTube Editor das Video zerschossen hat und dann habe ich es gelöscht und dann dachte ich, mache ich einen Reupload und dann hatte ich das Video gar nicht mehr gehabt. Ja, ich hatte da richtige Gewaltandrohungen gehabt von Leuten aus der SPÖ, von Sozialdemokraten. Ja, wirklich Androhungen von Gewaltausübungen an mich und meiner Person und Beleidigungen bis zum Gehtnichtmehr. Wirklich, das war schon gar nicht mehr witzig. So, das sind die Anhänger der Sozialdemokraten. Ja, und wenn ein Politiker ja, eben dieser Partei oder der deutschen Version dieser Partei das nicht vertragen kann, es tut mir leid, aber der ist fehl am Platz, der ist absolut fehl am Platz. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr hattet starke Nerven gehabt und auch ein bisschen Spaß gehabt, so wie ich. Das war das Video erstmal für heute, ich freue mich wirklich über Likes, über Daumen nach oben, bitte, 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 denn es kommen noch ganz viele SPD-Menschen, die wir in den Daumen nach unten setzen, und teilt gerne dieses Video, nein, ihr dürft es hier gar nicht teilen, Entschuldigung, weil ich wirklich Sachen gesagt habe, da hatte der Lind dagegen geklagt, ja, ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stande ist, ob man, aber auf keinen Fall teilen, weil das möchte er nicht hören, ja, und Freunde, halten wir zusammen und lassen uns nicht als irgendwelche Antisemiten oder sonst was indirekt bezeichnen, denn das ist für mich eigentlich das, was er gemacht hat, ist für mich tatsächlich ein Tatbestand der Beleidigung, Ja, Freunde, gerne abonnieren, wenn neu ist, ansonsten, schönen Abend euch noch, hier habt ihr noch zwei weitere Videos von mir, auch ein Video von mir und meiner Band, die aktuelle Single Allein für Niemand, ein guter Protestsong, ein poppiger Protestsong, ja, viel Spaß, euer Vic von MederChemie. Subtitelung, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.